Hi, ich bin's. Hör mal, kannst du mich abholen? Ich bin in Essen. Ich hab hier grad wieder in dieser Lena-Nummer da was gemacht. Alter, ich bin hier hin zu so einer... Was? Jetzt warte mal, lass mich doch mal kurz erklären. Pass auf, ich bin hier zu so einer Straße hin, wo... Oder Lena sollte zu so einem Treffpunkt kommen, keine Ahnung. Und dann war ich da und das war ein scheiß Industriegebiet. Nein! Mann, hab ich dir doch erzählt, der Lena ist. Das weißt du doch. Lena, ja. In diesem Robin-Blog, der Blog im Internet. Ja, und der hat mir eine Nachricht geschickt, jetzt stehe ich hier irgendwo am Arsch der Welt, hab keine Ahnung, wo ich bin und muss hier wieder irgendwie weg. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Ey, der Typ ist so ein Psycho. Bitte... Ich weiß! Ja, bitte. Bitte, ich erklär's dir beim Bier, ja? Komm, ey. Tümmel gefallen, hol mich ab, wir trinken ein und ich erklär dir alles. Du drehst durch. Das ist eine Psycho-Scheiß-Geschichte. Ich weiß es nicht.